Was gibt es Neues aus der weltweiten Cravytracks Community? Wir waren für euch im Internet unterwegs und haben die beliebtesten Social-Media-Kanäle durchforstet und sind auf allerhand verrückte Ideen für eure Kugelbahn gestoßen. Hier kommen unsere 5 Fundstücke des Monats. Die Reihenfolge ist keine Bewertung von uns, sondern einfach eine Aufzählung. Den Start unserer monatlichen Clipshow macht dieses Mal ein Video aus dem Kanal Cravytrack mit einem Vertical Track. Hier wird wunderbar mit der Schwerkraft gespielt. Lieben wir! Los geht's mit einer Bahnübersicht, bevor die Kugel ab 37 Sekunden ihren ersten Freifall durch den Looping antritt und danach im Tunnel abtaucht. Gleich hinterher folgt eine wirklich nice Trickabfolge, die mit einem Double Looping Fly bei 49 Sekunden beginnt. Die Kugel streift die geladene Kaskade und löst somit Kugel Nummer 2 aus, die mit einem Seiltrick die dritte Kugel durch den nächsten Tunnel schickt. Fasziniert schauen wir auf Minute 2, in der sogar der Elevator kurz bespielt wird. Klebeband ist bei dieser Bahn definitiv essentiell. Und so kann die Kugel über den Fänger weiterfliegen. Bildstark ist auch der Abschluss ab 2 Minuten und 43 Sekunden. Schaut also direkt mal rein in das Video. Wir sagen Danke für diese anziehend schräge Bahn. Schauen wir rüber zum Kanal Phytracks und einer atemberaubenden Powerbahn mit vielen Trickshots. Die erste Kugel startet ab der dritten Sekunde und fliegt förmlich durch diesen unfassbar gut durchdachten Track. Pro Runde wird immer eine Kugel entweder blau oder rot vom Powerstarter freigegeben. Planmäßig sollen die unterschiedlich farbigen Kugeln auch in verschiedenen Zielen ankommen. Gelingt das mit allen? Klickt euch unbedingt mal rein. Wir sind jedenfalls mega geflasht von so viel Kreativität und Köpfchen, die definitiv beim Bau gebraucht wurden und sagen Danke für diese actionreiche Bahnidee. Inzwischen wissen wir, dass auch eure flauschigen Fellfreunde voll auf Cravytracks abfahren. Völlig verständlich, oder was meint ihr? Cravytracks Girl hat einfach ihre kreative Leidenschaft mit ihrer Tierliebe kombiniert und so eine Bahn in Form einer Katze gebaut. Bei 27 Sekunden geht's für die Kugel On-Track und über Flex-Tubes und Fänger den Turm-Acker-Katzenkopf hinunter. Es folgt ein trickreicher Streckenabschnitt mit vielen coolen Actionstein-Kombinationen. Nach dem dreifachen Trampolinsprung wird der Flip bei 1 Minute und 14 Sekunden einfach andersherum ausgelöst. Nice one! Richtig beeindruckend ist der Trick ab 1 Minute und 26 Sekunden. Die Kugel fliegt vom Transfer tief hinunter aufs Trampolin und hüpft von dort perfekt auf einen krass hohen Turm mit einem Kurvenstein. Ihr seid wirklich mega erfinderisch! Ein herzliches Dankeschön für die sehr schönen Aufnahmen und diese super gelungene Bahn! Satisfying Moments gibt's im nächsten Kanal von Quavitrax Rocker. Er zeigt uns in seinem Clip zwei schöne Mandala-Bahnen. Bei der ersten starten alle sechs Kugeln synchron vom Ballson-Spinner aus und durchlaufen daraufhin die symmetrisch verbauten Kurvensteine. Die zweite Bahn beginnt ab 41 Sekunden und glänzt vor allem durch ihre Größe. Perfekter Starter für diese Mandalas ist natürlich der Ballson-Spinner. Von hier aus geht es für die Kugeln über Flex-Tubes eine Etage tiefer in eine Helix. Anschließend durchlaufen die Kugeln die kurvenreiche Strecke und legen zum Abschluss noch eine mega Trick-Serie hin. Schaut euch an, welche das ist! Wir sind immer wieder gefesselt von dieser Art der Augenmassage und bedanken uns ganz herzlich für diese tollen Bahnen. Auch zum Abschluss unserer Clip-Show bleibt es kreativ. BRSJ Quavitrax zeigt uns in seinem Clip verschiedene Bahnen, die er auf einem selbstgebauten Drehteller umgesetzt hat. Wie die Selbstkonstruktion ausschaut, sehen wir direkt zum Einstieg des Videos. Besonders gut gefällt uns die Bahn ab 1 Minute und 25 Sekunden. Ihr startet die Kugel über dem Ballson-Spinner und fliegt mittels Kaskade in die Tip-Tube. Von hier rollen die Kugeln auf die andere Seite der Bahn, wodurch sich das Gewicht verlagert und der Drehteller zu rotieren beginnt. Dadurch bewegt sich die empfängergelagerte Kugel. Einfach cool! Jede der sechs Bahnen ist auf ihre Art außergewöhnlich und zeigt mal wieder, wie unterschiedlich und abwechslungsreich Quavitrax sein kann. Vielen Dank für diese tolle Inspiration! Alle fünf Clips dieses Monats haben auf besondere Art gezeigt, was man alles mit Quavitrax machen kann. Und dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Wir sagen Danke und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Quavitrax-Community. Wenn ihr auch aktive Quavitraxer seid und eure Bahnen zeigen wollt, dann schreibt den Link zu eurem Video gerne in die Kommentare. Wir schauen dann sicher mal vorbei! Bis zum nächsten Mal!